so dann machen wir hier mal ganz super schwitzig weiter auf jeden fall haben wir hier schon manchmal verströmt bis hier und kann ich jetzt lohnen Ja, sauer. Oh, scheiße. Äh, ja, wie komm ich raus? Oh, shit, 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 shit. Hoch hier. Boah. Heftig, ey. Da, ey. Oh Gott, das ist ein Blöden erstmal. Nein. Fuck it. Waiter, 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 ja. Boah, fuck. Was? Willst du mich verarsch? Ich bin schon ein Blöden. Das ist ein Blöden. Ja, ja. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Ja, ich war fast ein leeres Cent. Ja, nur von meinem Team haben sie ja. Oh, erzählt Barry jedem diese Geschichte? Gut, wenigstens habe ich gespielt. Das sollte helfen. Das sollte gut gut denken. So, das nehmen wir Eurgai mit. Ja, kann ich noch mal hier wieder rauskommen aus dem scheiß Loch hier. was war denn das, ey na, wo kommst du denn her, ey kann alles schön liegen, nein oh, was ist denn das, Alter oh, Scheiße meine Fresse sind abwege hier, ey so, mal gucken ob die Scheiße hier funktioniert sehr schön haben wir hier wieder oh, Gott fuck you küsst euch, Alter brennt einer kann der hier durchkommen, ey oh, mach mal auf die oh, ey kriegst du das nicht auf, oh ja na, endlich okay oh, Gott, geil sind doch nie im Wald oder so ich sagte die verlorene Seele, weil sie ihr Schicksal beklagt oh, schon wieder diese dummen Armreife oh, schon wieder diese dummen Armreife wer sind sie? ich will antworten ich bin die Aufseherin oh, ich brauche dein Publikum ich brauche dein Publikum und einen Dirigenten Aufseherin wir müssen zur Wasser gehen wo das Leben beginnt was wollen sie von uns? klasse echt klasse oh, ich brauche Hilfe ich brauche Hilfe плюс vielleicht du musst oh, ich reine alles ich 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 Ach ey, sendet ihr mal auf die Scheiße hier. So. Ach, das war schön knapp. Hm. Ach ja, das lieb ich ja immer noch. Ach, das ist doch ein Mann ey. Och, Mann ey. Das ist doch gescheuert. Oh Mann. Das ist doch ein Scheißdreck ey. Ja. Kann die alte mal hier durch sein. Ach, hier geht ja auch nicht. Hm. Kamera hier weiter. Da war doch klar. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Aha. Dann werden wir mal die Schrot hier verbessern. So. Und da ist er noch. Na mal. So, da bist du ja. Ja. Oh. Geil. Punkt. Und? Nein. Ist tot. War ja auch klar. Du bleibst hier. Ich schaue es mir mal an. Du bleibst hier. Ich schaue es mir mal an. Nein. Gut. Ich hoffe das funktioniert. Scheiße. Kann mich jemand hören? Ich heiße Moira Burton. Meine Kollegen und ich wurden hier hin verschleppt. Ich weiß nicht wo wir sind. Wir haben diese beschissenen Armreife. Und diese verrückte Frau spricht zu uns. Irgendwelche Monster haben die anderen umgebracht. Bitte schicken sie Hilfe. Bitte. Boah geil ey. Mist. Wo soll die Hilfe herkommen ey? Hm. Ich heiße Moira. Ich weiß ja nicht die andere. Du solltest nicht. Aber ich weiß nicht. Das ist ja auch nicht. Wie ist das. Das ist ja auch nicht. Na so, das stimmt. Ich weiß nicht. Wechselschub Schmuggels, harte Ziegen. Dann werden wir das Thema schon da reinfragen. Kann man noch tausend für haben. Oh, mehr geht nicht. Wo kommt denn das her? Kein Funkkontakt, ey. Wird schwierig. Ja, dann müssen wir erstmal noch hoch, ey. Oh! Denken wir ja. Oh, ja. Oh, ja. Bleib beim Boot, kleine Lady. Ich mein's ernst. Ich muss ein paar Erwachsenen-Sachen erledigen, aber ich komme danach zu dir zurück. Hey! Lass mich nicht einfach allein. Nein, 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 nein. Es ist zu gefährlich für dich mitzukommen. Hier bin ich auch nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Na, kommt schlecht mit. Denken Sie bei diesem Planeten auch kleine Mädchen, die auf mich hören? Na gut, folge mir. Du gehörst jetzt zu mir. Komm schon. auch mal das muss es sein was machst du hier ganz allein wo sind deine Eltern ich habe keine Eltern und ich weiß nicht warum ich hier bin ich bin es einfach sie hat dich entführt genau wie meine kleine dann machen wir das auf jeden Fall im nächsten Fall weiter haupt da rein bis dann